1v9, whenever I want. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, wenn man so jemanden im Team hat. Und die haben Lil Tommy im Team. Ich hasse Lil Tommy. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich Lil Tommy hasse? Ich hasse Lil Tommy. Actually, ich fühle dieses Lied. Wollen wir das repeaten? Geht das? Ich fühle das gerade. Ich hasse Bart. Ja, deswegen hasse ich ihn. Ich habe den Bart-Repeat. Okay, machen wir noch einmal einen Neustart. Ich muss es fühlen. Face, Russian puppy. Das ist der Basic-Touch-Jungler. Yes. Das Knowsk. Conqueror-Vladimir. Nice one. Auf jeden Fall geil. Warum? Actually, ich fange aber unten an. Und gehen voll clear in Basin. Minions have spawned. Wenn es ihm hilft, kann ich von mir auswählen. Oh, ist das Kopf? Ist das Match-Up so am Play-Bel oder wie? Warum stoppen sie? Haben du und Nobby eine Liste, wer häufiger gewinnt? Nee. Aber ich glaube, vom Gefühl sind wir sehr, sehr even. Oder? Was? Ich habe 76% Win-Wade gegen Freddy? Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht in der Season. Aber. Insgesamt auf jeden Fall nicht. Even for even. Also, ich meine. Come on. Also, ich bin entweder ahead oder even. Also, also. Ahead in Richtung even. Wenn überhaupt. Ich finde das schon peinlich, dass ich gegen Jengkos nicht even bin. Das ist schon mehr als genug. Heck weh. Ich bin. Ich bin. Oh mein Gott, ich bin jetzt nicht so drauf. jetzt auch noch genau noch gett packt ich hab nichts gesagt ich hab gar nichts gesagt ich hab nichts gesagt nichts gesagt oh mein gott getroffen bitte steht nicht am bad wenn bad kids bekommt ist das immer so ein desaster tw bedeutet password das bedeutet dass ich jetzt ein passwort haben möchte washi washi okay oh mein gott er hat mich überlebt ich hab den bart ich hab den aboniert ich hab mich überlebt einfach wie disgusting ist dieser fucking champion dieser champion ist so das ist nicht legal hier lebt er immer noch schon wieder bart also ich fasse es nicht ich fasse es nicht ich fange aggression von dieser scheiße hier steht aber 4-0 hier 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 Das ist ja sehr schlecht, wenn er irgendwann stirbt. Das sieht jetzt aber nicht so schlimm aus, ne? Das war's für die Chance. Das ist ja fast. Das war's für heute. Ich hasse Bart. Ich hasse Bart. Ich hate Bart. Ich hate it. With all my heart. Ich hate Bart, with all my heart. Dieser Champion ist straight up nicht fair. Es ist einfach nicht möglich, dass so eine Schweiß existiert. Der ist, ich sehe es nicht ein. Ich weiß aber eigentlich passieren, dass die Räder nie da ist und der Aktion die ganze Zeit schon. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich denke das doch ein bisschen mit Mons, ne? Hm. Wir haben Topland eine extreme Zeitbombe. Wir haben Zeitbombe. Wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nicht mehr wie das. Weh, 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 weh. Hm. Seems a little bit unlucky. Just a tiny little bit. Okay, jetzt haben wir nicht ne fucking 20-0 Irelia. Wir haben hier irgendwie 4 AD Carries. Na, ja. Wait, der Topling ist overfailed? Vielleicht haben wir ne Zeitbomben und nicht die. Oh, wait. Das Game ist vielleicht auch nicht, aber... Maybe? Maybe? Actually, wir sollten Sonja's gehen in diese Runde, oder? Ja? Warte. Out attack him, du hast Fleet. Versteh ich nicht, er hat Fleet und Teal. Was macht ihr denn? Ja. 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 Not attack. Was ist das? Na, ich hab ein Wettenschattsbaum. Und das noch mit POP hier, also. Nope. Jetzt schaust du Dump Goal. Na. Der sollte aber ulten. Hm. Anakki von ihm gespielt. Ich stehe wegen Sonja's. Fuck jetzt. Oh. Das sieht vielleicht gut aus. Das sieht nicht mehr so gut aus. Das sieht nach wie im Ober aus. Wir haben verloren. Wir haben schon wieder verloren. Das ist auch so gammel, btw. Wir haben 1000 Euro gebacken. Huh. Huh. Du hast nicht. Du hast nicht. Well, I really like gaming indeed. Okay, already infitted. Wir hassen alle Bards. Wir hassen alle Bards zusammen. Ich weiß aber nicht, ob wir das ansehen. No drogen? Ich glaube, Patty ist ein bisschen zu gefealed für dieses Game. Mal gucken, ob ich es carry'n werde. Wer sieht mich, ne? Werkt schon? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich habe ihn nicht geholfen. werden leute fernaband wenn sie nicht wahr passen ja wir haben ja keine keine ausnahme für badmins ja besser ist es für dich wir wollen auf den Quark und Package engagieren das funktioniert wir haben fucking gewonnen ich wollte sagen ich habe gerade das Bedürfnis oder zu gehen ich sehe schon wieder nicht wir können ein champion so disgusting sein ich verstehe es nicht guck guck es ging kevin wenn man kann wird hat sich auch ein vladimir und ihre ja da kann Aaaaaaah Das ist ein sehr komischer TP, bin ich ehrlich Ja, 2-3 in Bat, oh ja Oh, yes Oh, yes, 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 yes Actually, we can win Nicht? Oh nein, Bart kommt Geht es nicht wer kann Fucking little Tommy Okay, wer catch jetzt wen ich, den Akschan oder mich? Nicht der Akschan Das war nicht der Akschan Ich glaube, den Akschan hat sich getötet Ich meine, ich hätte die Auge getötet, wenn ich meine Eid treffe Aber er ist durchfall killed Ich würde sagen, deren 010 ADK gefällt mir Schon sehr, sehr cool Oh shit Oh shit, they have the package Oh shit, they have the shutdown OHH Oh jeishadjas , der kommt eine Bombe rein, mate OhIntai, da kommt eine Bombe rein, meet gefällt sie dir die bombe bitte barb er hat schon wieder mit einem neben überlebt weil wir gerade zum vierten mal Fuck you for me.